Liebe Narren und Naranesen, ich habe es angekündigt, jetzt seid ihr dran, jetzt wird kräftig gesungen und vorher wollen wir noch einmal die Stimmbänder öden mit unserem donnernden Schlachtruf, die Seemacht, lokal, lokal, lokal! Und wenn wir jetzt singen, dann machen wir das so ein bisschen auch mit Eigennutz, die Klingelbeutel werden durch die Reihen gehen, ihr seid spendabel, auch wenn wir 16 Sponsoren haben, auf euch kommt es insbesondere an, also hackt euch unter, wenn wir jetzt schunkeln, zückt eure Portemonnaies, aber singt vor allen Dingen mit. Herr Kapellmeister, ich singe vor, ihr spielt dezent hinterher. Das Liedlein, das ist ganz einfach, ihr könnt bestimmt mit singen, aber zumindest könnt ihr es mit schunkeln. Ein Bauer aus dem Odenwald, der hatte eine Frau, eine Frau, dass seine Dienstwag größer war, das wusste er genau. Schiebe nach, schiebe nach, schiebe langsam nach, schiebe langsam, aber gut. Schiebe nach, schiebe nach, schiebe nach, schiebe nach, schiebe langsam nach, dass nicht passieren tut. Die Bauersfrau zum Markte ging, da war der Bauer hoch. Er ging schnell zu der Dienstwag, der ging schnell, schiebe nach, schiebe nach, schiebe nach, schiebe langsam nach, schiebe langsam nach, aber gut. Schiebe nach, schiebe nach, schiebe langsam nach, dass nicht passieren tut. Die Bauersfrau vom Magde kam und ging die Tände rauf. Die Dienstmacht dort im Strohe lag der Bauer oben auf. Schiebe nach, schiebe nach, schiebe langsam nach, schiebe langsam aber gut. Schiebe nach, schiebe nach, schiebe langsam nach, dass nichts passieren tut. Die Bauersfrau zum Bauern sprach, das ist ein gutes Recht. Was du hier mit der Dienstmacht tust, tut mir schon lang der Knecht. Schiebe nach, schiebe nach, schiebe langsam nach, schiebe langsam aber gut. Schiebe nach, schiebe nach, schiebe langsam nach, dass nichts passieren tut. Ja, wohl! Könnt ihr noch so ein bisschen, jetzt schon die Sattel nämlich, ne? Das sah schon gut aus, aber die Plinkelbeutel sind noch nicht ganz durch. Also, Herr Kapellmeister, trink, trink, Brüderlein, trink irgendwas. Irgendwas, was Sie alle können. Und bei der Schuppe, solange die Beutel laufen hier. Ist der Tisch besser als der letzte Drift? Ja. Sehr schön, haben wir gut organisiert. Also, die Klingelbeutel sind wunderbar rumgelaufen, ihr habt wunderbar mitgeschunkelt. Und jetzt wollen wir mal gucken, was der Thomas so wunderbar als Erkennungsmelodie hier produziert. Und jetzt wollen wir mal gucken, was der Thomas so wunderbar ist. Und jetzt wollen wir mal gucken, was der Thomas so wunderbar ist. Und jetzt wollen wir mal gucken, was der Thomas so wunderbar ist.